Herzlich willkommen auf dem Kanal Eisenbahnwesen NRW. Heute werde ich euch gleich zwei Bahnhöfe gleichzeitig vorstellen. Einmal den Bahnhof Bönen und den Bahnhof Bönen Nordböge. Ich weiß, ich wollte euch ursprünglich heute den Bahnhof Dortmund Hürde präsentieren, allerdings gab es dort eine kleine Planänderung. Zuerst werde ich euch die Stadt Bönen einmal kurz vorstellen. Es handelt sich hier um eine Gemeinde, die im Kreis Unna liegt. Und genauer zu sein, liegt sie vor den Toren der Stadt Hamm in Westfalen. Auch Dortmund befindet sich nicht weit und andere größere Städte, die sich auch noch im Umkreis befinden, sind beispielsweise Kamen und Unna. Ja, die Stadt zählt 18.500 Einwohner auf einer Fläche von etwa 38 Quadratkilometern. Obwohl es sich um eine recht kleine Gemeinde handelt, liegt sie gleich an zwei sehr wichtigen Bahnstrecken in Nordrhein-Westfalen. Einmal an der Bahnstrecke Hagen-Hamm und an der Bahnstrecke Dortmund-Hamm. Der Bahnhof Bönen, der sich direkt im Ortskern befindet, der liegt an der Strecke Hagen-Hamm. Und der Bahnhof Nordböge, der etwas weiter außerhalb der Stadt liegt, befindet sich eben auf der Strecke Dortmund-Hamm. Die beiden Bahnhöfe liegen in etwa zwei Kilometer Luftlinie auseinander. Die heutige Reise begann zuerst am Haltepunkt Bönen-Nordböge. Die anderen Seite sechs Stunden, und da bin Wagen-Hamm und Wandhaus, Der Bahnhof Nordböge befindet sich im Nordwesten der Gemeinde Bönen. Es handelt sich hier um einen Durchgangsbahnhof, der über zwei Bahnsteigleise verfügt. Steigt man in Richtung Dortmund ein, ist der nächste Halt Kamen. Fährt man in Richtung Hamm, ist der nächste Halt Hamm Hauptbahnhof. Auch dieser Bahnhof wurde im Rahmen des Rhein-Ruhr-Express-Netz im Jahre 2019 modernisiert. Das heißt, die Bahnsteige wurden verlängert, erhöht und der Bahnhof ist natürlich sehr, sehr gut ausgestattet. Er verfügt über Wartehäuschen, Sitzgelegenheiten. Es gibt einen Automaten, wo man ein Ticket kaufen kann. Um sich zwischen den Bahnsteigen zu bewegen, kann man eine Fußgängerbrücke benutzen. Diese ist auch die einzigste Möglichkeit, sicher von der einen Seite auf die andere zu gelangen. An diesem Bahnhof halten die Regionalexpress-Linien RE1 und RE3. Sie verkehren jeweils im Stundentakt. Der RE1 fährt von Hamm nach Aachen und wieder zurück. Der RE3 ist von Hamm nach Düsseldorf und wieder zurück unterwegs. Der RE1 wird von der Gesellschaft Rhein-Ruhr-Express betrieben. Der RE3 läuft unter der Marke Eurobahn. Vor dem Bahnhof findet man einen Wendehammer vor. An diesem Wendehammer liegt auch die Bushaltestelle Nordbürger Bahnhof. Diese Haltestelle wird von den Linien 191, 194 und 195 angefahren. Im Falle von Schienenersatzverkehr halten dort die Busse ebenfalls. Der Betreiber der Buslinien ist die VKU, Verkehrskreis Unna, der alle Gemeinden bzw. alle Städte im Kreis Unna mit dem Nahverkehr bedient. Diese Buslinien steuern überwiegend das Zentrum von Böen an. Allerdings gibt es auch Linien, die in die benachbarten Gemeinden bzw. Städte fahren. Beispielsweise können auch Orte angefahren werden wie Kamen-Heeren oder Unna-Königsborn. Ansonsten befindet sich in direkter Nähe zur Bushaltestelle eine große Park-and-Ride-Anlage. Das heißt, auch dort hat man die Möglichkeit, sein Auto abzustellen, in den Zug zu steigen, um die letzte Etappe zu nehmen. Ansonsten gibt es auch Häuschen, wo man sehr gut ein Fahrrad abstellen kann. Es gibt auch natürlich Vorrichtungen, wo man sein Fahrrad anschließen kann, absichern kann. Das Besondere, neben den Ständern fürs Fahrrad befindet sich auch so eine kleine Station, wo man beispielsweise seine Reifen aufpumpen kann oder kleinere Defekte am Fahrrad sich beheben lassen. Ansonsten kann man den Bahnhof für Spotter definitiv weiterempfehlen. Man hat dort sehr, sehr viele und schnelle Durchfahrten, seien es Intercity Express, Intercity oder Regionalexpresse. Der Güterverkehr fährt natürlich auch durch diesen Bahnhof durch. Gut an diesem Bahnhof ist auch, dass man in beide Fahrtrichtungen sehr, sehr weit gucken kann. Das heißt, man kann schon vom Weiten sehen, ob sich ein Zug nährt oder nicht. Und in beide Fahrtrichtungen hat man auch Signalanlagen, die man beobachten kann, ob diese nun auf grün gesprungen sind oder nicht. Ja, das war der Bahnhof Nordböge. Kurz darauf bin ich dann in mein Auto gestiegen und habe dann die Fahrt zum Bahnhof Bönen angetreten, der eben direkt im Ortskern liegt. Der Bahnhof Bönen, ja, der liegt wie gesagt direkt im Kern der Gemeinde, also im Zentrum der Gemeinde. Nicht weit von ihm befindet sich auch eine kleine Fußgängerzone, die für eine Gemeinde dieser Größe sehr gut ausgebaut ist. Man kann dort seine Freizeit verbringen, indem man was essen geht, was trinken geht. Und natürlich gibt es dort auch Einkaufsmöglichkeiten. Dieser Bahnhof weist durchaus Besonderheiten auf. Wie Sie auf den Bildern erkennen können, ist direkt vor dem Bahnhof ein Bahnübergang anzutreffen. Und ja, an diesem Bahnübergang haben wir die spezielle Situation, dass dieser noch manuell betrieben wird. Dort ist ein höheres Gebäude anzutreffen. Da drin arbeitet ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn und der ist eben dafür verantwortlich, dass der Bahnübergang geschlossen oder geöffnet wird. Dieser Bahnübergang sorgt unter den Einwohnern häufig für Ärger, beziehungsweise wird dieser kritisiert, weil es häufig zu sehr, sehr langen Wartezeiten kommt. Dieser Übergang wird geschlossen, lange bevor der Zug kommt, also mehrere Minuten manchmal, bevor der Zug überhaupt eintrifft. Und dadurch bilden sich lange Staus vor dem Bahnübergang in beide Fahrtrichtungen. Die Leute, die in ihren Autos sitzen, müssen dann nicht selten den Motor abschalten. Und es kommt eben zu sehr, sehr langen Wartezeiten. Bahnübergänge dieser Art sind natürlich in Deutschland immer seltener anzutreffen. Die meisten Bahnübergänge sind heutzutage automatisiert. Aber in Böen hat man eben tatsächlich noch die Besonderheit, dass dort jemand vor Ort sitzt und eben die Sache unter Kontrolle hat. Kommt der Zug, schließt er den Bahnübergang, ist der Zug durchgefahren, macht er ihn wieder auf. Für einen Gemeindebahnhof ist dieser Haltepunkt sehr, sehr großzügig ausgebaut. Es gibt einen sehr, sehr großen Parkplatz, der als Park-and-Ride-Anlage fungiert. Und besonders auffällig an diesem Bahnhof ist auch der sehr, sehr große Fahrradschuppen, wo Pendler eben die Möglichkeit haben, ihr Fahrrad abzustellen. Die Bahnhofshalle, also das Bahnhofsgebäude an sich, ist auch recht groß für einen Bahnhof, der über so ein Passagieraufkommen verfügt. Vor dem Bahnhof befindet sich natürlich auch eine Bushaltestelle. Dort hält beispielsweise die Linie C91 und die Linie 192. Von dieser Haltestelle aus werden verschiedene Orte in Böen angefahren, auch der Bahnhof in Nordböge. Ansonsten gibt es auch Verbindungen schon in die benachbarten Städte, beispielsweise nach Kamenheeren. Ja, der Bahnhof Böenen ist ein Durchgangsbahnhof, der über drei Bahnsteiggleise verfügt. Es gibt auch Überholgleise in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs. Das bedeutet, Regionalexpresse oder Regionalbahnen oder auch Güterzüge fahren dann auf das Überholgleis, wenn sich beispielsweise ein Intercity oder Intercity-Express nähert, der natürlich an diesem Bahnhof nicht hält. Der Bahnhof Böenen wird ansonsten von den Regionalexpress-Linien RE7 und RE13 angefahren. Der RE7 fährt von Rheine nach Krefeld. Der RE13 fährt von Venlo in den Niederlanden nach Hamm. Der RE7 wird von der Gesellschaft National Express betrieben und der RE13 wird von der Gesellschaft Eurobahn betrieben. Ja, die beiden Regionalexpress-Linien verkehren ganz normal im Stundentakt. Die Bahnsteige des Bahnhofs sind über einen Fußgängertunnel verbunden. Ja, was gibt es noch für Anmerkungen? Klar, der Bahnhof ist sonst auch noch ganz gut ausgestattet. Wie Sie auf den Bildern sehen konnten, gibt es Wartehäuschen, Sitzgelegenheiten. Der vordere Bereich der Bahnsteige ist sogar überdacht, sodass man bei sehr, sehr schlechtem Wetter mit starken Regen besonders guten Schutz sich suchen kann. Ja, der Bahnhof liegt ansonsten an der Strecke Chagen-Hamm. Und für Spotter ist der natürlich auch sehr interessant. Es gibt Güterverkehr, es gibt durchfahrende ICEs, durchfahrende Intercitys. In beide Richtungen ist die Sicht sehr gut. Und ja, aufgrund des Bahnübergangs wird man schon viele Minuten vor dem Passieren eines Zuges eben darüber in Kenntnis gesetzt, dass man jetzt gleich seine Kamera zücken kann und sich für eine Aufnahme bereit machen kann. Ja, das war das Video zum Schienenverkehr in der Gemeinde Böhnen. Ich habe euch nun den Bahnhof Nordbürger und den Bahnhof Böhnen vorgestellt. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Wenn ihr möchtet, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Beim nächsten Video werde ich euch dann den Bahnhof Dortmund Hürde vorstellen. Ansonsten wünsche ich euch bis dahin alles Gute und bis bald. Aber das ist lithium mon moral, företag, dass man da nicht kann. Also dieses Video Tomстрой.